Blomberg TV Liebe ABS-Familie, liebe Blombergerinnen und Blomberger, heute ist der zweite Tag des Schützenfestes. Normalerweise würden wir uns heute im Festzelt versammeln. Die 13 Rötter würden abgeholt werden von den Musikkapellen und sich im Festzelt versammeln. Nach und nach geht es dann zum Königsschießen, was den absoluten Höhepunkt des Schützenfestes darstellt. Wir hätten versucht, einen neuen Schützenkönig für Heiko I. zu finden. Anschließend würde dieser dann auf dem Marktplatz um 16.15 Uhr von unserem neuen Bürgermeister Christoph Dolle verkündet werden. Auch dies ist in diesem Jahr in dieser bewährten Form nicht möglich. Doch wie wir es trotzdem versucht haben, schaut jetzt. Hoch edel Geborene, hoch und wohl edle, hoch und wohl weise, auch fürsichtige Damen und Herren des Rates der Stadt Blomberg. Ruhmvolle und hochachtbare Herrenkommandeure, Obristen, Offiziere, Schützenmeister und Schießgesellen aller Waffengattungen der stationierten und freiwilligen Bataillone in der Stadt Blomberg. Volk von Blomberg, Lippe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa. Jubelnd sei es der Welt verkündet. Blomberg hat einen neuen? Nein, leider hat Blomberg keinen neuen Schützenkönig. Aber wir schauen zuversichtlich in die nächste Zeit und auf das Jahr 2023. Und ich hoffe, dass ich in dem Jahr dann auch hier an diesem Platz einen neuen Schützenkönig für die Stadt Blomberg verkünden darf. Könnt ihr euch noch an die Schützenkönige der vergangenen Jahre erinnern? Schaut hier, ein kleiner Überblick dazu. Jubelnd sei der Wildverkündig. Blomberg hat einen neuen Schützenkönig. Jubelnd sei der Wildverkündig. Unbeschreiblich. Also einfach nur genial. Das war gestern schon ein super Tag. Und ich denke mal, heute wird der genauso gut. Wenn nicht sogar noch besser. Die ganzen Schützen, die ganzen Gäste stehen um den Marktplatz rum. Das ist einfach gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020